In Hotel Metropol wurde nach dem Anschluss Österreichs noch im März 1938 von Richard Heidrich für die Gestapo das wichtigste Instrument des NS-Terrors in Österreich beschlagnahmt. Er richtete hier die Staatspolizeileitstelle in Wien ein und hat per Decret bestimmt, dass das Gebäude nicht weiter Hotel Metropol zu nennen sei. Mit 900 Beamten der Kriminalpolizei, mit vielen Angehörigen der SS war das Haus die größte Dienststelle der Gestapo im Großdeutschen Reich. Die Gestapo zählte insgesamt ca. 18.000 Beamte. Über 500 Menschen mussten täglich zum Verhör in das Gebäude kommen unter Gefahr misshandelt und gefoltert zu werden. So auch mein Großvater. Er wurde unter anderem auch hier verhört, kam ohne Gerichtsverfahren und ohne Verurteilung zuerst ins Konzentrationslager Sachsenhausen und dann im Frühjahr 1941 ins Konzentrationslager Flossenbürg mit dem Vermerk R.U. Rückkehr unerwünscht und wurde am 16. April 1941 um 7.20 Uhr bestialisch hingerichtet, laut Sterbeurkunde. Das Führungspersonal der Wiener Gestapo bestand bis 1944 zu ca. einem Drittel aus Reichsdeutschen. Der Großteil des Führungspersonals wurde vorher illegalen österreichischen Nationalsozialisten und anpassungsfähige Polizeibeamte des Schuschniggeregimes ausgewählt. Deshalb war es wichtig, dass nach der Befreiung Österreichs vom Naziregime viele Widerstandskämpfer vorrangig für den Polizeidienst meldeten und so eine demokratische, antifaschistische Polizei auf die Beine stellten. So auch mein Vater, der gleich nach seiner Rückkehr nach Wien aus dem Konzentrationslager Buchenwald seinen Dienst bei der Polizei am Deutschmeisterplatz antrag. Diese Polizeibeamten setzten sich für Antifaschismus, Antisemitismus und gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein. Und schon im Jahre 1945 sagte Ernst Fischer folgendes, ein Zitat In der Wahrungssicherheit und Verteidigung unserer Eigenart mögen wir nie vergessen, dass der innerste Kern des Österreichstums eben darin besteht, dass wir keine Angst zu haben brauchen, möglichst viel Fremdes, viel anderes in uns aufzunehmen. Nur wer sich in Wirklichkeit schwach fühlt, hat Angst vor dem Einfluss der Welt. Wer sich stark fühlt, macht beide Arme auf und lässt die Welt an sich heran, weil er weiß, es wird ihn nicht hinwegschwemmen, sondern es wird ihn reicher machen. Umso wichtiger ist es gerade in dieser Zeit, wo viele Flüchtlinge aus welchem Grund auch immer nach Europa und nach Österreich kommen, wir uns nicht verschließen und einmauern. Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Fremdenhass hat in unserer Gesellschaft keinen Platz und wir werden nicht zulassen, dass der rechte Rand den Einfluss bekommt, um das zu kippen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.